Das ist er. Was? Wer? Er hat meine Mutter entführt. Sie ist da, wo sie hingehört. Kate, hör da nicht drauf. Sag mir, wo meine Mutter ist! Der Weg zu deiner Mutter führt über mich. Oh, Scheiße! Was ich noch nicht verstehe, ob die zwei Fischer haben zusammengegangen ist. Es gibt eine Mediebe mit diesen Lingeranten. Und dann gibt es ja diese Schleimbeutel da hier. Konzentriert das Feuer auf den Scharf! Hey, die Transformator! J.D., der Stieg! Wir können die Transformatorn von den Oben öffnen! So nice, oder? Okay. Vergeleudet keine Kugeln! Die Waffen sind mit diesem Kristallzeug bedenkt! Das war's! Transformator ist offen! Schießt auf den Kern! Okay, die schießt immer noch hoch. Das ist auch ein Heiler. Achso, müssen wir eiseln. Wir haben unsere Stolz vertagt! Öffnet den Transformator! Sagt nicht, der Kahn liegt frei! Schieß da rauf! Los! Sehr gut! Die Glasen liegen offen! Feuer frei! Lass dich nicht hören! Kahn freigelegt! Schieß drauf! Das hat weh! Jetzt quält diese Blasen ab! Das gefällt ihm sicherlich! Das waren zwei! Nur für einen Transformator-Schwalter! Den schon da, aber nicht. Okay, jetzt müssen wir auf den Kern schießen! Das hat gesessen! Jetzt schieß auf die Blasen! Die Blasen sind bis zum Atomsten. Der Jungs! Der Jungs! Der Jungs! Untertitelung des ZDF, 2020 Da hat sich auf mich eingeschossen. Das war's! Transformator ist auf! Schießt auf den Kern! Ich hab dich gehört! Fahne kommt! Ja, mach immer. Tut sicher weh! Knallt die Blasen ab! Feuert auf die Blasen! Feuert auf die Blasen! Nur noch Zeit! Wunderschönes! 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 Nicht so schlimm! Wunderschönes! Weheh! Der Schwarm ist verbunden, nicht wahr? Im Schwarmstock. Na dann! Richte ihn aus! Wir kommen meine Mutter holen. Und dann machen wir euren gottverdammten Schwarmstock dem Erdboden gleich. Akt 5. Zusammentreffung. Und jetzt? Hey, Jim, so gern ich mich ja auch mit Ihnen unterhalte. Wir sind beschäftigt. Sie haben gesagt, ich wüsste nicht, was vor sich geht. Also gut. Erleuchten Sie mich. Sie hat tatsächlich kapiert, dass vier Leute es nicht einfach nur aus Spaß mit der gesamten Chorarmee aufnehmen wollen. Hat lange genug gedauert. Ich schlage vor, dass wir alle nach New Ethera zurückkehren und Sie mir sagen, was genau da draußen lauert. Sie haben sie gesehen, oder nicht? Das hier ist keine Geheimdienstkonferenz, Lieutenant. Ja, ist schon klar. Offensichtlich ist das meine Bemühungen, für den Erhalt unserer Gesellschaft einzutreten, gegen diesen Feind alternativlos sind. Sie glauben den ganzen Scheiß, den Sie da faseln, sogar noch. Nicht wahr? Muss schön sein, tut nämlich sonst keiner. Lieutenant! Ich bin ich, ihr verdammter Lieutenant! JD, was ist passiert? Fuck. Super! Jetzt können die Figeon antiräufig sein. Hipsacht. Achte doch die Stacheln! Und du bist raus! Keine Muni mehr? Okay, Muni 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 Muni. Hm. Wir sind damit herunter. Was ist das? Feind meines Feindes ist mein Freund. Mann, hatte nicht gedacht, dass ich mal für die Dibis bin. Aufgeschissen. Ziehen wir's durch! Noch ein Toglerbock! Schieß auf den Schilf! Das Problem ist, die Robo sind ja auch gegen uns oben. Wir haben die Lager in dem Schilf! Dann kommt mal wieder! Weitere Massaux! Verstand! Da nachher raus! Komm in dein Nest! Arsch 3-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9 Ich denke, das waren alle vorerst, dann gehen wir zum Fumptown. Was hat man hier? Nicht. Warum nicht rein? Da ist klar. Was ist mit Jinspot passiert? Ich glaube, die Stacheln des Springers haben ihn erwischt. Wie geht das denn? Ein bioelektrisches Feld? Oder ein entspannungsgesteuerter Ionkanal. Oh, klar. Ist natürlich logisch. Ach ja. Uni ist voll. Versperrt. Such deinen anderen Weg. Sind wir da schon gut? Die ganze Matsch hier. Hey, vor uns befindet sich eine Fabrik. Gehen wir da hin. Nest! Kümmert euch um sie! Hey! Da sind noch mehr! Leute, hier ist der Sion! Räumt zu! Gehen in Deckung! Verstehen in Deckung! Gehen in Deckung! Gehen in Deckung! Das ist schon immer noch nett. Ich muss noch nicht mehr aufhören. Ich muss noch nicht mehr aufhören. Ich muss noch nicht mehr aufhören. okay alles sicher gehen wir in die fabrik bevor noch mehr von denen kommen ich muss halt immer mal ein bisschen gucken können wir uns ja zum schluss mal noch angucken nicht vergessen die wahrscheinlichkeit sieht bei mir mal die vor sie mal einer an eine alte center fabrik und diese mühlen seid ihr damals gefahren so schlimm waren die gar nicht ein wenig hängen sind ständig abgesoffen das klingt für mich schon ziemlich übel das blinkt hier ja vielleicht so aber sie haben ihren zweck erfüllt na guck gerade haben wir von geredet wieder ein sammelstück finde ich super super hier unten ist alles noch hier ist wir sollten nach oben ja ja ich habe noch schon dabei aufgepasst aus den thronen ich wurde umgehauen scheiße noch eins alter sie mal einer an eine alte center fabrik und diese mühlen seid ihr damals gefahren so schlimm waren die gar nicht ein wenig hängen sind ständig abgesoffen das klingt für mich schon ziemlich übel das klingt für mich schon ziemlich übel aufgepasst das sind dronen denn das ist das so 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 Haha, hier hab ich echt zugesetzt, was? Die Drohne! Scheiße, noch ein, Sion! Zurück in dein Nest! Drohne, erledigt! Schlage! Der Herd liegt! Okay, das war's. Führen wir einen Weg hier raus. Gut, Munition! Nehmen wir lieber noch extra Munition mit. Oh, glaubst du da die Brauen her? Ja, der, außer dein Lancer läuft mit Luft und Liebe. Bisher lief's einwandfrei. Muni! Den können wir nicht noch lassen, haben wir schon 30. Der Funkturm sollte vor uns auf diesem Hügel liegen. Ja, und sicher kommen wir da problemlos hin. Keine Ahnung. Okay. Scheiße. Turm! Ah, da hätten wir das Problem. Entdeckung! Die Drohne, die Drohne erledigt! Schön! Die Drohne erledigt! Ich glaube, der Tymer neben der Schütze hat was gegen uns! Wir müssen ihn ausschalten. Das gefällt dir! Wir müssen auf jeden Fall irgendwie näher auf der Kante gehen. Wir müssen auf jeden Fall kommen. 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 Mhm. Sie umzingeln uns. Verdammte Scheiße hast du mich erschreckt. Ah, Entschuldige. Verstärkung ist unterwegs. Wie lange wird er brauchen? Es wird wohl nur verteidigen.